Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shakes & Fidget. Ja, wie schaut's auf EU4 aus? Die Ehrenhalle ist recht durchgemischt. Wir haben verschiedenste Gilden und Klassen hier oben, recht viele Mages, wie ich finde. Und ansonsten bald auch Spieler, die schon sich auf großen Schritten Richtung 300 nähern. Hier 280 ist, glaube ich, so das Höchste, was ich jetzt erstmal so spontan finde. Bei mir selbst sieht's auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich bin mittlerweile Stufe 105, hab soeben den Arena-Manager freigeschaltet, gleich mal hier ein bisschen was kaufen. Und ich bin auch echt am überlegen, ob ich hier nicht so einen kleinen Boost für 25 Pilze hole, weil ich werde das Ding ja sehr oft resetten müssen. Und also grundsätzlich irgendwann ist das Ding ja eh ausgebaut auf Maximum, aber ich glaube, das dauert so ein, zwei, drei Tage, bis das Ding komplett durchgespielt ist. Und wenn ich da jeden Tag hier so ein Reset mache, nervt das immer extrem, wenn man da am Anfang hier eine Minute zwölf warten muss, bis man das erste Mal Geld kriegt und dann wieder neu was machen kann. Ganz oft ging's mir so, ich hab resettet, dann irgendwas anderes gemacht, eine Quest gestartet und dann irgendwie eine halbe Stunde später wieder reingeguckt und konnte dann erst was machen. Und ich glaube, wenn ich das hier mal ein bisschen beschleunige und das auf die Hälfte der Zeit reduziere mit so einem Speedboost, würde das einfach sehr doll dabei helfen, dass ich das hier schneller mache. Also sind zwar 25 Pilze, aber ansonsten habe ich ja jetzt für eigentlich nichts außer Alu bis jetzt Pilze ausgegeben und ich glaube, einmal kann ich mir das mal gönnen. Erstmal Pilze ausgeben auf den Account für irgendwas, was nicht Alu ist. Und wollen wir das wirklich, den Sitzplatz boosten? Ja. Und da gleich doppelt so schnell 36 Sekunden. Sehr nice. Und da gab's auch gleich hier ein bisschen Kohle. Können wir gleich das nächste Mal. Ja, also Arena Manager ist ja noch ein richtig schönes Idle Game, sowas spiele ich ja auch gerne. Ich hab ja auch ein paar Cookie-Clicker-Videos oder Clicker-Heroes oder sowas mal gemacht. Und muss schon sagen, das hat eigentlich auch recht Spaß gemacht. Mal gucken, wie viele Pilze ich hier noch drin versenken werde. Ich hatte ja auch überlegt, hier die Toilette, wenn man die dann freigespielt hat, da sollte man die ein paar Mal updaten, weil da macht man im Endeffekt die meiste Kohle mit. Mal gucken. Erstmal ist es ja noch ein paar Tage. Genau, ich denke mal, 25 Pilze kann ich da vielleicht auch reinstecken. Dann, was hat sich noch getan? Bin ja ein paar Stufen aufgestiegen seit dem letzten Video. Geht auch ganz gut voran hier. Und ich hab den Kloschlüssel gefunden. Der war irgendwie 25.000 Gold wert. Ich dachte, ich bin klug, ich nehme den Kloschlüssel und gehe dann in den Laden und verkaufe den. Aber sobald ich die Quest fertig hatte, war das Klo schon freigespielt. Da konnte ich gar nichts mehr machen. Ich frage mich, warum die überhaupt noch da einen Goldpreis anzeigen. Oder es lag daran, dass ich über die App gespielt habe. Ja, wir haben heute auch pünktlich zum Klo-Event, habe ich es noch geschafft, freizuspielen. Da kriegen wir ja jetzt doppelte Mana-Punkte, wenn was in die Toilette geworfen wird. Und deshalb war ich so froh, dass ich es gestern noch geschafft habe, vor dem Event ein Epic reinzuwerfen. Weil der Tank hat 150 und wenn ich jetzt ein Epic reinwerfe, müsste das Ding voll sein. So, welches hauen wir da rein? Boah, das ist ja viel wert. 25.000 Gold. Wir nehmen mal was, was richtig wenig wert ist. Den Gürtel hauen wir da mal rein. Und der Tank ist voll bis oben hin. Super, dann ziehen wir mal in der Klospülung und kriegen ein Item ohne Sockel, was, denke ich, mal auch wieder ins Klo kann. So, jetzt müssen wir ja erstmal was verkaufen, bevor ich die Quest... Ah, warte mal, wir können das Ding hier beim Schmied zerlegen, weil ich habe noch keine Begleiter. Und das dauert noch ein paar Stufen. Das heißt, zerlegen ist hier unten. So, gibt nicht viel, aber wenigstens einen Platz im Inventar, was ja nicht verkehrt ist. So, der Zyklop ist besiegt und wir nehmen die nächste Quest an. Die gibt 52.000, ist okay, nehme ich mit. Ansonsten Arena-Kämpfe. Oh, habe ich jetzt alle schon geschafft. Das ist schön. Dann muss ich jetzt mal wieder auf die Jagd gehen nach neuen Sammelalbum einträgen, weil das stagniert so ein bisschen. Da geht hier nicht mehr so viel. Und Arena-Manager, wie immer, ein bisschen was. Ich klicke mal hier auf Maximum. Und dann, ich glaube, in dem Video schaffen wir bestimmt noch das erste Update hier auf Stufe 25. Mal gucken, da müsste es ja nur noch ein paar Mal durchlaufen. Und klick. Oh, das ist so schön, dass es schnell ist. Das war auf jeden Fall die Kohle wert, glaube ich. Ja, dann Pets läuft auch ganz gut. Ich habe ja meine super Taktik, dass ich immer erst die Früchte von dem aktuellen Tag, so wie hier Erdbeeren, am Ende verfüttere. Heute musste ich hier ein bisschen füttern, um Gegner zu besiegen. Da habe ich vorhin schon mal ein paar Früchte reingemacht, um den besiegen zu können. Aber die letzten Tage hatte ich immer mir die Früchte aufgehoben und dann bin ich abends schlafen gegangen. Ja, was hat so geführt, dass ich die jetzt heute früh füttern kann? Das war bei Licht so. Deshalb habe ich hier auch noch ein bisschen was übrig. Können wir auch noch mal hier eine Zitrone reinwerfen. Und jetzt will ich mit Schatten angreifen gegen einen, der hat nur zwei Pets und ist Stufe 8. Das heißt, der hat den hier maximal auf Stufe 7. Ich habe ihn auf Stufe 8 und noch einen Rudelbonus. Das heißt, ich müsste eigentlich den besiegen. Gucken wir uns das mal an. Oh, der hat das erste Pad auch gleich auf Stufe 7. Na, dann ist es, glaube ich, sogar noch leichter, den zu besiegen. Gucken wir gleich mal auf die Werte. Wir haben 124 Hauptattribut, der nur 96. Ausdauer ist auch ordentlich niedriger. Dann haben wir Glück auch mehr. Eine Stufe niedriger. Das heißt, der krittet uns sowieso viel weniger. Und ja, wie man sieht, das geht richtig schön von der Hand. Wenn der nächste hier nicht Stufe 100 ist, dann passt das. Und der müsste Stufe 1 sein. Genau, zack, weg ist er. Gut, das lief doch mal richtig schön heute. Ich glaube, ich habe 4 von 5 Kämpfen gewonnen. Das ist gut. Die Erdbeere hebe ich mir mal wieder auf. Und mal gucken, ob ich es heute noch schaffe, das Ding irgendwann abends noch zu füttern. Ja, Dungeon geht auch ganz gut voran. Dämonenportal ist freigespielt. Hatte ich, glaube ich, im letzten Video schon gehabt. Mal ziehe ich 2% ab, mal 3%. Das schwankt so ein bisschen. Im Endeffekt ist der am Abend immer wieder auf 100. Ich brauche auf jeden Fall eine neue Waffe. Sonst kann ich hier echt nichts machen. Ich habe ja hier schon eine Waffe mit plus 54. Wenn ich die allerdings anziehe, geht mein Schaden runter. Was für mich heißt, okay, eigentlich müsste ja die plus 54 gleichzusetzen sein mit 540 Intelligenz. Allerdings ist bei der Rechnung noch nicht dabei der Trankbonus und der Petbonus, der hier auch noch bei den Pets mit reinkommt. Das sind ja auch schon mal 3%, die da nochmal oben drauf kommen. Und die Waffe ist eigentlich richtig schlecht geschickt. Hat sehr viel. Ein bisschen Glück. Die andere hat wenigstens noch 178 Intelligenz. Dann habe ich es ein bisschen verbessert. Also nochmal plus 10. Und dann nochmal gute 320 von dem Edelstein. Und das macht einfach dann doch ein bisschen mehr aus, wie rein der Schadensbonus, den es dazu gibt. So, die Quest gewonnen. Wie viel haben wir noch? Auch noch ein bisschen Bier können wir noch trinken. Welche nehmen wir? Oh, die sind ja alle so schlecht. Fuck. Nehmen wir mal die. So, dann im Zauberladen ist hier nichts Schickes, was ich mir kaufen kann. Wenn, dann gucke ich mir meistens sowieso nur die mit Sockel an. Das Item wäre besser. Allerdings plus 10 Pilze das auch. Und die anderen wäre ganz gut. Okay, könnte man wechseln, wenn hier ein Sockel drauf wäre. Wurde ich, glaube ich, drüber nachdenken. Aber ansonsten plus 200 kann ich jetzt schon an Single-Stat-Items haben. Das ist gar nicht mal so schlecht. Hier haben wir auch ein E-Pick, was auch gut wäre. Würde ich wechseln. Hat keinen Sockel und kostet 15 Pilze. Das lohnt sich mal gar nicht. Ich könnte natürlich hier so einen Sockel reinmachen. Noch habe ich ja durch den Elevator einen Riesenpopo voll an Kristallen und allem. Von daher könnte ich das machen. Aber das mache ich erst mal noch nicht. Besonders für 15 Pilze. Wenn, dann könnte ich hier drüber nachdenken, Sockel reinzumachen. Das wären, oh, 3400 Kristalle schon. Aber plus 48 kriege ich da auf alles. Also auf die drei Hauptstats, die ich brauche. Hm. Und die Edelsteine müssten ja mittlerweile auch schon besser sein. Ich glaube, da warte ich mal, bis ich gleich einen schönen Edelstein finde. Dauert 20 Minuten. Das schaffen wir in dem Video höchstwahrscheinlich nicht mehr. Ich mache hier mal noch meine Festungskämpfe. Läuft auch ganz gut. Mit der Festung kann ich mich hier echt nicht beschweren gerade. Ich habe jetzt schon die Ressourcen zusammen, um das Arbeiterquartier auszubauen. Das heißt, theoretisch könnte ich hier jetzt einfach mal überspringen, wenn ich einen Geldscheißer hätte. Habe ich allerdings nicht. Deshalb mache ich das nicht. Ich warte, bis das fertig ist. Dann baue ich das Arbeiterquartier aus. Und dann muss ich auch schon die Edelsteinmine hochziehen. Weil dann bin ich schon im Bereich, also das dauert jetzt hier noch anderthalb Tage. Dann habe ich hier nochmal vier Tage für den Ausbau. Und dann die Edelsteinmine. Weil da spare ich vielleicht nochmal sechs, sieben Stunden am Ausbau. Natürlich die vier Tage hier. Muss ich gucken. Aber ich glaube nicht, dass ich es auf Stufe 125 in den nächsten fünf Tagen so schnell schaffe. Dungeons gehen mittlerweile auch ein bisschen langsamer. Da habe ich jetzt auch nicht mehr die großen Prozentsatzzahlen hier. So knappe 18 Prozent, denn 9 Prozent. Also wie gesagt, mit einer neuen Waffe wurde das Ganze schon ein bisschen anders aussehen. Unten einem schicken Edelstein drin. Aber so geht es erstmal ganz geschmeidig hier voran. Und wenn nicht, habe ich dann vielleicht auch schon die Ressourcen, um einfach mal die Ritterhalle gleich im Anschluss auszubauen. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Dann ist die schon mal auf 11. Das kostet, ich sehe es jetzt nicht mehr. Das waren glaube ich so knappe 600.000 Holz und 200.000, 300.000 Steine. Habe ich glaube ich bald zusammen. Geheime Lager ist auch bis oben hin gefüllt. Also da gab es auch genug am Glücksrad und wo man die überall finden kann. Gar nicht so schlecht. Also Festungen bin ich völlig zufrieden. Läuft richtig gut. Gibt auch ein paar schöne Kämpfe hier. Ja, sonst hat sich hier jetzt nicht so viel getan. Man baut halt schon seit dem letzten Video immer fleißig die Festung aus und ist bald fertig. So, Pads habe ich durch. Ah, ich muss mich unbedingt daran gewöhnen, hier ein bisschen mehr zu zocken. So, Zeit ging auch noch mal runter. Jetzt haben wir hier die 26 geschafft. Ich glaube jetzt wäre es jetzt schon sinnvoller, das Ding hier zu holen. Ah, da muss ich noch mal gucken. Da gibt es da einen schönen Guide. Aber solange wie man die Ressourcen hier investiert und das einfach immer weiterläuft, ist das glaube ich einfach in Ordnung. Und man kriegt mehr Scheinchen. Wie heißt das eigentlich? Zaster, okay. Solange man ein bisschen Zaster macht, passt das. So, Glücksrad kann ich noch ein bisschen drehen. Habe ich vorhin mir ein paar Lucky Coins übers Handy geholt. Mal gucken. Oh, eine Waffe mit Sockel. Nein, schade. Glückswaffe ist auch nicht verkehrt, aber kein Sockel drauf. Plus 68 Schaden. Was kostet hier ein Sockel drauf machen? Ja, nur 1000. Also ich glaube, das wäre eher sinnvoller, hier was drauf zu machen. Da verliere ich 180 knapp an Intelligenz. Also wenn ich jetzt natürlich einen Intelligenzstein reinmache, da habe ich glaube ich auch schon so 170er bis 180er gefunden. Das heißt, es wären auch noch mal so gute 20 Punkte mehr. Und wurde halt ordentlich mehr Schaden hinzukriegen. Ich glaube, das lohnt sich. Ich verkaufe jetzt lieber erst mal ein paar andere Items. Das ist hier recht wenig wert. Ja, die Heizkette hauen wir mal weg. Komm weg. So. Ich glaube, dann mache ich hier doch ein paar Sockel rein. Das lohnt sich einfach mal mehr. Also so viele Stufenaufstiege werden jetzt sonst erst mal nicht mehr kommen. Die geben 2-3 Millionen Erfahrungen, die Dungeon Gegner, die nächsten. Den hier könnte ich theoretisch noch besiegen. Vielleicht den nächsten, wenn ich 106, vielleicht 107 schaffe ich dann morgen 108. Mal gucken. Und dann gibt es auch schon ab 110 den Schlüssel für die Pyramide. Mal gucken, wann ich den denn finde. Und dann geht es hier so langsam weiter. So, hier erst mal noch ein bisschen skillen. Ich skill jetzt erst mal einen Ausdauer, weil ich gerade keine Magier mehr habe im Dungeon. Und dann bringt es auch ein bisschen mehr hier, die Punkte anzugleichen. Also von den Goldkosten. Ich wollte ja noch ein bisschen am Glücksrad drehen. Vielleicht finden wir ja noch mehr tolle Sachen. Noch ein Gürtel. So, heute bei der Hexe Schuhe. Der Gürtel hat einen Sockel und Glück. Aber nur Glück. Aber ordentlich mehr Rüstung. Und ich bin bei 5%, was natürlich gegen Kundschafter und Krieger auch was bringt. Also und die anderen Klassen, die nicht magischen Schaden machen. Gucken, wie viel hoch gehen wir denn hier an Rüstung, wenn wir das Ding anlegen. 2%. Das ist schon nicht wenig. Besonders, wenn die auch noch ein paar Stufen über mir sind. Kann ich sogar noch mehr Rüstung haben, theoretisch. 80 Ausdauer verliere ich. Und 80 Intelligenz. Da muss auch ein guter Edelstein rein. Also werden die Handschuhe verkauft und der Rest hier jetzt aufgehoben. Und dann drehen wir mal weiter. Mal gucken, was wir jetzt noch finden. Ein paar Drehs habe ich ja noch. Schön Gold. Nehme ich auch gern mit. Ein bisschen XP ist auch immer gern gesehen. Und noch ein paar Pilze. Ne, das war es schon mit dem Drehen. Schade, mehr ist da heute nicht drin. Aber mal gucken. Die beiden Gegenstände könnte ich, glaube ich, noch anlegen. Das wäre noch schön. So, erstmal schönes Gold verskillen. Dann kann keiner... Oh, ja. 4.000 Gold glatt noch übrig. Und wieder mal Arena Manager. Zack. Noch ein bisschen was gekauft. Sehr schick. Ich glaube, das mache ich erstmal noch auf 50. Genau. Das kostet hier der Ausbau kostet 48 und hier 100. Ja, ich glaube, den mache ich erstmal auf 50 hoch und dann kann ich die nächste Stufe ausbauen. Ja, Pads laufen, Festung läuft, Arena Manager ist da. Ich glaube, ich kann mich hier absolut nicht beschweren, gerade bei Shakes & Fidget. Mal gucken, wie es die nächsten Tage weitergeht. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen weniger zocken. Also noch die Quests in Ruhe machen und alles hier durchspielen. Aber mal gucken, ob ich es schaffe, noch so viele Videos zu machen. Dann wird doch langsam ein bisschen stressig. Aber ich werde ab und zu euch auf den Laufenden halten, wie es so weiterläuft. Jetzt erstmal schön noch das mit dem Klo. Achso, wie viel brauche ich eigentlich beim nächsten Tag für das Klo, um die volle Aura zu kriegen? 200. Wir haben heute Freitag, das heißt Samstag ein Epik, Sonntag ein Epik und da kann ich schon wieder ziehen. Das ist cool. Und dann habe ich ja auch ein bisschen mehr Platz im Inventar, wenn ich hier die Epik setze, die nächsten sechs Tage jeweils ein Epik reinhaue, dann ist das hier schon ordentlich. Und dann nimmt es auch ein bisschen ab. Leider kann ich das andere Epik-Event hier noch nicht nutzen. Sonst würde ich da auch wieder ein paar Epiks vielleicht reinkriegen. Aber nächste Woche sieht das schon anders aus. Da kann ich dann die Events ein bisschen mehr spielen. Da gibt es dann das schöne Pet-Event und die verkürzten Quests. Das ist auch schön. Und dann wird hier endlich losgelegt bei den Pets. Bis dahin levele ich einfach nur die ersten paar Pets ein bisschen hoch. Ja, so ist erst mal der Plan. Wir hören voneinander und ich gucke mir jetzt die Flimmerkiste an. Bis dann, ciao.